Was geht? Da bin ich ein Schild. Willkommen zur FIFA WM 2014 mit dem ehrenwerten Rather Moon LP. Hallo. Hallo, Hadi. Und es ist mittlerweile der vierte Durchgang. Gehen wir mal ganz offen zu. Weil FIFA macht heute ein paar Probleme. FIFA ist eine alte Zicke. Ja, echt mal ohne Scheiß. Mega perfekte PC-Ubsetzung. Wir spielen Spanien gegen Niederlande. Ja, beides ziemlich gute Mannschaften. Warum habe ich mittlerweile jetzt da um eine andere Fahne drin? Ach so, ist alles gut. Ja, okay. Ja, perfekt. Ich spiele in hellblau und beziehungsweise was auch immer, türkis, was auch immer das sein soll. Und du, Oranje, boven. Und wir starten jetzt einfach mal direkt das Spiel. Denn gerade hatten wir einen schwarzen Bildschirm. Und da wollte das nämlich nicht so recht funktionieren. Da wollte das Spiel nicht mehr, genau. Nee, das Spiel wollte nicht mit uns spielen. Aber wir haben schon geklärt. Du hast nicht allzu viel Erfahrung mit FIFA. Ich ein bisschen. Ah, es geht weiter. Das sieht gut aus. Ja, wie gesagt, zwei FIFA-Spiele bisher gespielt. Und halt FIFA 98 ist meine Erfahrung. Also, brandaktuell. Ja, brandaktuell auf jeden Fall. Ja, ja, gut. Aber du weißt halt zumindest, wie es funktioniert. Und naja, also einfach nur aufs Tor rennen und schießen. Ja, ja. Seit gestern weiß ich auch, wie man sprintet. Alles ist gut. Geil, geil, ey. Aber ich glaube fast, das Spiel ist bei mir schon wieder so laut, dass wenn ich gleich den Ball habe, ich warne dich mal kurz vor, kann das sein, dass ich mal eben etwas leiser schalte. Denn ich möchte ja auch, dass man dich hört. Das wäre sehr nett, ja. Ja, eben. Sonst wäre es ein bisschen blöd. Ja. Oh, ja, wunderbar. Die Nationalhymne, wunderschön. Naja. Die Musik ist echt laut, schon wieder. Ja, oder finde ich auch. Ich finde auch das Stadion schon sehr laut, obwohl ich das vorhin runtergeregelt habe. Ich habe es auch alles bei mir runtergeregelt, aber irgendeiner Stunde noch nicht. Aber vielleicht ist es ja auch im Spielfeld anders. Kann natürlich sein. Xavi, jawohl. Piqué. Oder du bist gleich bei mir leise, ich weiß es noch nicht. So, sehr gut. Ja, Aufstellung ist, ich denke mal, wir haben nichts verändert, du hast nichts verändert. Nee. Der Raphael van der Vaart, der durfte ja nicht mit zur WM fahren, habe ich irgendwie mitgekriegt. Durfte ja nicht. Was hat er gemacht? Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung, ich glaube, der ist einfach zu scheiße. Achso. Ja, es ist besser als die Deutschen, die nur mit einem Stürmer fahren, oder? Ja, allerdings. Bist du denn so ein fußballaffiner Mensch, also auch außerhalb der WM, oder ist das mehr so, ja, ich gucke die WM, weil, ja, Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich gucke mir zumindest die Ergebnisse an, wie Dortmund gespielt hat, das ist wichtig für mich. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja gut, da ich keinen Sky habe. Ich ergeze auch, dass der Löw irgendwie so eine Anti-Gegen-Dortmund hat. Er will ja keinen Dortmunder mitnehmen, ne? Ja, klar. So, alles klärchen. So, achso. Ich mach mal langsam hier, so. Ja, mach mal langsam, mach mal langsam. So, ich werde mal... Oh, guck mal hier. Schön, 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 schön Passspiel. Ja. Aber ich muss mir sowieso jetzt erst mal den Ball holen. Na komm, geht ran. Ja, so, alles klar. Einmal kurz Pause. Ja, mach mal. Ich hab mal vorgewandt, denn das ist, boah, das ist mega laut. Das musste ich bis jetzt, obwohl ich's vorher eingestellt hab, jedes Mal im Spiel nochmal machen. Visuell brauch ich nicht. Ich hab grad auch schon den Sound umgestellt ein bisschen. Das hat man wahrscheinlich auch in der Aufnahme. Du warst wahrscheinlich am Anfang nicht zu hören wie beim Spiel und jetzt bist du zu hören oder so. Ja, normalerweise, so wie ich dich höre oder so wie ich es auf meinen Kopfhörern höre, so wird's auch irgendwie immer aufgenommen. Ich hoffe mal jetzt. So hab ich das eigentlich auch. Müsst es besser sein. Aber FIFA meint ja gerade, nee, ich mach mal lauter. So. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Okay. Pause, warten auf Gegner. Darf ich wieder auf Vorsetzung klingen? Ja, ja, ich bin fertig. Ich bin fertig. Okay. Ja, ich glaub, so ist besser. Warum rennt es eigentlich besser? Wir sind da wieder. Okay, alles so gut. So, gut. Dann wollen wir mal ein bisschen über die Außenlinie gehen. Ja, so. Oh. Nein, 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 nein. Das geht ja gut los hier. Ah! Das war, oh Mann, das war schon fast ein Geschenk, ey. Ja, das war. Ja, aber siehst du, siehst du, das bin so typisch ich, weißt du. Ja, du wolltest das Geschenk nicht annehmen. Du wolltest das Geschenk nicht annehmen. Nee, ich wollte, ich wollte nicht. Ich dachte, ich, ach komm, weißt du, ich dachte mir, nee, komm, nicht schon in der vierten Minute, weißt du, wäre ja langweilig. Oh, was macht er denn für ein Kunststück hier? Du merkst, ich bin nicht so gut, ne, aber du bist schon wieder da, siehst du. Nein, 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 nein. Also, wenn nicht in der vierten, dann bin ich in der sechsten, meinst du, ja? Oh je, das ist, äh, ah, der Iniesta, ja, ja, aber bei mir, ich habe ja gesehen, gestern wie er sprinten geht, aber manchmal sprintet er nicht. Das ist, äh, ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin, ich finde es auch irgendwie ein bisschen unangenehm, dass ich natürlich jetzt auch hier die stärkste Mannschaft überhaupt habe, also die Titelverteidiger gerade, aber, äh, ja, kein Problem, machen wir trotzdem fertig. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ich muss ja sagen, die, äh, Juli Wörsel, die, die hat mir auch schon ein bisschen zugesetzt, also da, äh, das muss man mal ganz einfach sagen. So, guck mal, du machst das auf jeden Fall über ein schönes Aufbauspiel hier. Ja, wenn meine Leute nicht so schnell rennen, dann muss ich halt, äh. Ja, du gehst über Ballbesitz, ja, du machst mit Ballbesitz, das ist aber gut. Nein, 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 nein. Hm, na komm, geh mal nach vorne, na los. Ja, wunderschön, ah nein. Du hast jetzt so gedacht, nee, so einfach. Ja, ja, wäre schön gewesen, wäre schön gewesen. Oh, okay, das war ein bisschen laschi. Das war, oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Nein, da ist doch keiner Ah, haben wir Wie gesagt, ich habe schon zwei Spiele gespielt Ich habe schon Tricks gelernt hier Ja, du, ich, keine Ahnung Ich glaube, die einzige Die Trick-Taste ist irgendwie hier Die Trick-Taste Die Trick-Taste ist ja Spritten, weil das Ich glaube, wollen wir bei mir nicht Ich glaube, Flanke funktioniert das Ne, da steht keiner So, direkt wieder nach vorne das Ding Nein, 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 nein Nein, oh Oh, scheiße Das gibt immer einen Freistoß Hast du etwa meinen Jungen gefoult? Ja, etwas Da habe ich dich Minifall von den Beiden geholt Ja, war ich, das ist ja Das ist ja schon brutal, ne? Ei, 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 ei Oh, weit nach vorne, der Ballier, komm Oh, schade Ah, da wärst du fast durchgekommen Wollen wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen was machen können. So, noch mal probieren wir uns noch mal über die Flanke. Ja, probieren wir uns noch mal. Ach, da steht wieder keiner. Ach, ich habe vielleicht zweimal gedrückt, das war natürlich ein Fehler. Eieie, das war jetzt aber auch nicht so gut. Warum spielt der denn nach hinten? Warum drücke ich den so bescheuert? Nein! Nein! Was? Was machst du denn? Wollst du mich schon wieder oder was? Ne, ich glaube, das war... Was war das denn jetzt? Warum schieße ich denn von da aus? Das weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Hat da im Hintergrund eingefrohlt. Guck mal, Torschuss von da aus. Ja, guck mal, wir haben schon mal einen Torschuss gehabt. Zählt das an Torschuss? Ich weiß nicht. Ne, ich glaube nicht. Oh, schade. Oh. Dann lauft mal. Ja, geht ja nicht mal lang. Ach komm, versuch mal nochmal. Ne, nicht nochmal Flanke. Wieso nicht? Hat doch bis jetzt gut geklappt. Also nicht. Ha! Nein, nein, nein! Ah! Ah! Oh nein! Ich hab ihn hier schon fast weggenommen und dann wölfte der nicht mehr. Ei, 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 ei. Oh, ich glaube, das könnte ein hohes Ergebnis werden hier. Ja, ich weiß gar nicht, in welcher Minute wir hier sind. Äh, 25 ist das vorgefallen. 25 ist es schon. Ah. Ja, komm mal, das war ja hier, äh, 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 aber ich glaube, oh, oh, da ist aber hart durchgesetzt irgendwie. Ja, das war, ach. So, ich glaube, ich stelle jetzt mal komplett auf richtig hart offensiv. Oh nein. Ich dachte, ich hätte noch eine Chance. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Dann spiel ich weiter defensiv hier hinten. Schön rum. So, ich glaube, ich muss aber gleich nochmal eben die, die Zuschauer nochmal, da kannst du deine Ecke leiser schalten. Ich, ich glaube tatsächlich, dass du laut genug bist, aber irgendwie schreien die mitten, äh, zwischendurch immer so laut. Ich meine, ich finde das ja schön, dass die ihre Leute anfeuern. Ja, ne? Aber, aber stört jetzt, ne? So, Vorsicht, warte, ich mach mal eben kurz hier so. Mach mal. Ja, das ist irgendwie, weil nachher, äh, bevor die Zuschauer nachher sagen, so, nee, das war viel zu laut und so. Guck mal, ich hab 53% Ball besetzt, so nur 47. Ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Ja. So, Lautstärke, Durchsagen, Kommentar. So, ich hab jetzt auf jeden Fall nochmal, na komm, den machen wir nochmal leiser. So, zack. Alles gleich. So, ich bin fertig. Ne, ich hab auch schon geklappt. Also, läuft direkt weiter. Sehr gut. So, dahin. Jetzt machst du auch ein bisschen Passspiel dir, ne? Das geht aber so nicht. Ja, ein bisschen Ball besitzen. Das geht aber so nicht, dann nehm ich dir den Ball immer weg, du. Ah. Ah. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Oh. Das war jetzt aber auch mega gemein gespielt. Eieiei. Wieso sind meine nicht so schnell? Das gibt's doch nicht. Direkt gar... Oh, 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 das hast aber auch kein Upside. Oh, da muss ich sagen, das, das kann Christian gar nicht leiden, dieses, dieses, äh, rüberspielen. Gar nicht. Ich weiß gar nicht, da gibt's irgendwie so ein, so ein Fachbegriff für. Das findet er immer total erbärmlich irgendwie. Ja, das ist halt, ist halt ein Safe-Tor. Irgendwie. Das war auch erbärmlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, da war's erbärmlich. So, was ist denn mit den Karpskopfes hier? Ja, ich komm jetzt, pass auf. Oh, 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 oh. Oh! Nein! Ich wollte gerade schießen, du! Das war aber auch ganz schön knapp schon. Kann ich nicht reingrätschen? Wie kann ich denn gerättschen? Mit, äh, ah, glaub ich, ist das. Normalerweise schon, ne? Ja, ja. Ah, dankeschön. So, nach vorne das Ding. Oh! Oh nein, da bist du. Da bist auch du. Komm, wir müssen noch genug stehen. Oh, lauf, 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 lauf! Flanke! Und da steht keiner, schade. Flanke, das war ein Torschuss. Das ist sogar noch eine Ecke. Ja, weil der Torwart zu blöd war, noch mal dran springt, ey. So, und der ist drin. Oh, schade! Ah, ja. Das kann Jeyer ganz gut. Immer dieses, oh, der ist... Oh, oh. Wieso rennt? Guck mal, dieser rennt kein Stück. Der will den, finde ich. Ich hab letztens noch ein, ähm, ein WM-Spiel von 19... Äh, 54, 54... Von 1990 gesehen, als wir Weltmeister geworden sind. Ja. Da war das tatsächlich noch sogar so, dass der verteidigende Spieler zu seinem eigenen Torwart den Ball zurückschießen konnte, der durfte den aufheben, der Torwart. Oha, ja, das geht ja gar nicht mehr heute. Das, das war ja... Nee, das geht ja heute gar nicht mehr. Aber da hab ich echt gedacht, meine Güte, was waren das noch für Zeiten, ja? Als der Torwart den Ball noch aufheben durfte, da... Oh! Ah, immer sind... Wir nehmen mal gut durch. Von Persi! War ein bisschen lang. De von Persi. Oh, so. Ging's mal kretschig. Ah! Tricksen! Hör nach vorne. Nimm ihm doch den Ball ab, Jung! Jung! Mensch, geht doch! Nein! So, jetzt ist man hier rüber. Das war die falsche Taste. Danke. Das war mein Fehler. Jetzt gib mal den Ball her. Oh, nein, 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 nein! Lass ihn nicht umdrehen! Oh! Nein! Oh, da hast du mich blockiert! Oh Gott! Der ist noch heiß! Oh, der ist drin! Nein! Nein! Aber der ist drin! Ja! Das gibt's doch nicht! Nein, Gute! Oh, schon 3-0 in der ersten Halbzeit. Oh, je. Oh, Gott! Aber sind wir ehrlich? Die Holländer haben in der Gruppe auch keine Chance? Ja, 4-0 sogar schon. Ach, 4-0, ja, stimmt. Ja, die Holländer sind... Hier, ich geb dir mal den Ball. Das ist eh jetzt ab. Ja, dankeschön. Ja, ey. Du bewegt dich gar nicht. Hallo, lauf los, du blöder Sau. Die Holländer sind aber eigentlich gar nicht so eine schlechte Mannschaft. Aber ich kenne mich auch mit... Und... Zack! Oh! Nein, 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 nein. Weg damit. Tade! Ach, verdammt. Jetzt aber genug hier jetzt, ne? Ich weiß nicht, auf was hast du denn deine Leute stehen? Ich weiß ja nicht. Du kannst damit mit dem Steuerkreuz, kannst du die ja ein bisschen auf offensiver und so stellen, ne? Wenn du nach rechts oder links drückst. Echt? Ja, genau. Wenn du nach... In deine Spielrichtung drückst, mit dem Steuerkreuz, dann kannst du die auf offensiv und sehr offensiv stellen. Dann kommen die sehr viel weiter mit nach vorne. Und du hast... Das Spiel verlagert sich halt ein bisschen mehr in meine Torrichtung. Das muss ich mal wissen, ne? Also kannst du mal ausprobieren. Ich meine, äh... Ja, vielleicht schieß ich ja gleich noch fünf Tore. Vielleicht bringt das ja irgendwie was so in der Richtung. Ja, FIFA Pro halt, ne? Ist halt... Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Wiederholung. Aber wie sieht's denn aus hier? Torschüsse, bla bla bla, Ballbesitz. Ja, gut. Mein Gott. Aber du hast schon zwei Fouls. Das muss man ja hier auch sagen, ne? Ja, da muss man auch dazu sagen. Aber der rennt nicht dahin, wo er hin soll. Ah! Verdammt. Komm, renn hin! Na, na, na! Na, na, na! Jetzt wird er aber um jeden Fall gefeiert. Nein! Warum rennt der denn nicht? Guck mal, siehst du, wie die rennen nicht hier. Die schlafen hier unterwegs. So, ab da vorne damit. Wie kann ich denn nochmal diesen hohen Pass machen? Ne, das war's nicht. Auf X. Also ich weiß nicht, was für ein Quadron war, du hast, aber... Oh, oh. Ne, das war jetzt irgendwie nicht so der Plan. Oh, das passt aber. Das ist doch... Oh! Oh, der war sogar in die Richtung vorgelegt. Meine Güte. Ich bin so schlecht. Oh, Gott. Ja, guck mal, da sind ja sowieso schon fünf Mann von dir und drei von mir. Das kann ja nicht sein. Ja, aber du musst überlegen, wenn du dir jetzt natürlich auf sehr offensiv stellst, dann kommen die auch nicht mehr so schnell mit nach hinten, ne? Das ist so ein bisschen halt das Risiko irgendwie. Ist egal, es steht 5-0, was soll denn hier hinten? Ja, eben, eben, eben. Das ist natürlich ein Argument, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, du musst auf jeden Fall mehr passen. Oh, er will ein bisschen tricksen. Ei, ei, ei. Das war zu weit gedacht. Ja, er ging so ein bisschen halb in die Wallachai. Ja, ich dachte, da kommt gleich einer von unten aus der Erde rausgekrabbelt und schießt dann. Ich dachte, ich bin bei Pflanzen versus Zombie oder so. Lass mir doch auch mal hier den Ball jetzt hier. Ich tue mal nicht so hier, ne? Die armen Spanier, die sind auch so zerbrechlich. Ja, ja, genau. Die machen hier... Ja, jetzt ist keiner mehr hinten, weil, ähm, die sind ja alle auf, ähm, auf, auf Angriff gestellt. Und da ist das Tor. Oh, oh, lol! Das springt er daneben, das kann er wohl nicht wahr sein. Ei, 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 das kann nicht sein. Oh, die rennen hier wie die Blöden. Aber nicht da, wo ich es will. Oh, nein! Oh, schade! Schade, den hat er, den hat er, den hat er. Schade. So. Oh, na, also... Oh, ah, ma! Boah, der, der... Was? Was? Was ist denn jetzt? Abseits wohl. Ah, ja, gut. Ja, 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 aber deutlich. Das ist ja schön an dem Spiel, ne? Der Spieler kennt alles. Ja, das stimmt. Ist das so wie im normalen Fußball? Ja, richtig, so wie bei dem, äh... Hier brauchen wir keine Torlinientechnik, nix. DFB-Pokalfinale hier. Erinnere mich nicht daran. Einfach nur, weil die Bayern mehr Geld hatten. Ja, ja, auf jeden Fall. So. Mal gucken, wie kommen wir denn jetzt da durch? Wie konnte man den Ball denn nochmal so hochspielen? So einen hohen, tödlichen Pass wollte ich nochmal machen. Den brauchst du gar nicht, kommst du so durch. Nee, das geht auch nicht. Ah, nee. Ah, ah! Ja, nimm doch einfach den hintere Ball. Der Vorderer läuft einfach mit. Verdammt. Ich war zu lange gewartet mit dem Pass, meinst du? Ah, da ist reingrätschen, auf Flankentaste. Na, wollen wir mal ein bisschen hier reingrätschen. Oh! Reingrätschen ist besonders gut, weil dann habe ich Zeit. Ach ja, jetzt kriegst du natürlich deinen Freistoß, ist klar. Endlich mal. So, ähm. Komm, dann haut das Ding mal, haut das Ding mal in den Kasten. Na, das schaffe ich nicht. Wie soll ich das denn machen? Ich weiß gar nicht, wer ich das nicht dafür drücken sollte. Ich nehme mal die hier. Ah! 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 War aber nicht schlecht. Ja, ja. Man muss ja alles versuchen. Nur ein Endtor wäre auch schön. Oh, das jetzt ist ein Konter. Oh, oh, oh. Meine Leute laufen natürlich nicht. Das ist mal ein ganz schlechter Konter. Das wäre, ich glaube, das wäre sogar Abseits gewesen. Oh, jetzt schnell, 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 schnell. Nein! 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 Boah, der war doch böse. War aber Ball gespielt. Der war böse. Ah! So! Scheiße. Aber solange das Ball gespielt ist. Ja, ja, ja. Solange das Ball gespielt ist, sagt er mir. Ah, also. Jetzt aber hier. Ah, na, also. Oh, oh. Aber das ist kein Problem, weil der rennt ja nicht. Der bleibt ja stehen. Ich drücke in die Richtung, weißt du, und der will nicht. Als wollten die keine Tore schießen, weißt du. Ja, komm. Ah, jetzt vorwärts rennen. Weil ich war ja eigentlich durch. Der war ja eigentlich schon durch. Das war ja genauso wie ihr der jetzt. Und die Beine bleiben einfach stehen. Ach, du Scheiße! Meine Jungs bleiben auf Ballhöhe. Vielleicht kann der hier ein Tor schießen, warte mal. Ja, ja, kannst du natürlich mal probieren. Komm, schön auf den Ball gehen, Leute, hier. Ja, komm, komm. Komm. Ja, siehst du dich. Na, komm, renn mal ein bisschen. Rennen! Dann versuche ich es nochmal mit der Flanke. Ach so, dann muss ich hier unten bei den anderen bleiben. Ach, verdammt. Ach, komm! Mist, ey. Ach, da vorne ist ja schon wieder keiner. Die schlafen doch schon wieder, die Käsküppchen hier. Ja! Ja! Pam! Oh, was? Was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, ja, schön. Das gibt es ja wohl nicht. Die Latte ist mein Freund. Ja, auf jeden. Hier, das gibt es ja gar nicht. Oh! Ah, was? Abseits. Wieder Abseits. Oh, da trifft er die Latte, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, aber so kann es gehen, ja. 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 Ei, 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 ei. So ist dein Spiel. Lockerer Schuss, mein Rübau. Das passt natürlich wunderbar auf dich. Nein! Oh, was ist das denn? Wolltest du mir auch mal den Ball gehen? Ja, irgendwie schon. Ich habe ihn ja schon so aufgegeben, da dachte ich, dachtest du dir, äh... Scheiße, komm schon. Das kann ich auch, hat er sich gedacht. Komm, schön an den Ball gehen. Komm. Komm, 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 komm. 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 Ach, wo schießt der denn hin? Ist der doof, oder was? Nee. Nee, nee, der wollte mal in den Gemüsegarten schießen. Och. Nein! Ich habe doch einfach den Ball ab. Jetzt rennt keiner hin, weißt du? Anstatt der weiter rennt. Nee, der wird stehen. Ach, komm. So, jetzt hier nach vorne. Einfach mal aufs Vorschießen. Weil wir jetzt hier reingehen müssen. So, jetzt habe ich... Boah, aber gucken wir mal, ob wir nochmal eine Bude machen da vorne. Nee, 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 nee. Nee. Wieso laufen die hier nicht? Oh, pam! Da war der Torwart leider nicht schnell genug. Ja, es ist... War der leider... Ich kaufe dir jetzt... Ich kaufe dir einen Rollstuhl. Damit ist er vielleicht... So schnell konnte auch kein Torwart der Welt sein. Ach. Ah, 6-0. Ja, es tut mir leid. Aber die Spanier, die sind hungrig. Ja. Die sind... Mir tut es so ein bisschen leid, dass das natürlich nicht an das reale Ergebnis rankommen wird. Ja, das stimmt. Ja, klar. So, komm. Schleiche am besten anstatt, dass du rennst, du blöder Hammel. Jetzt rennst du. Nein! Ich wollte noch ein Eigentor machen. Warte mal, ich mache noch ein Eigentor zum Schluss. Aber es gibt noch... Ich glaube, ein Eigentor kann man fast nicht schießen in dem Spiel. Das ist aber du. Und? Nein! Oh, der sah aber drinnen aus. Schade. Noch eine. Nee, das ist wiederum. Ja, die Richtung war aber schon mal richtig. Zeitspiele eben noch, damit wir nicht noch ein siebtes Tor reinkriegen und dann ist alles gut. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch eins machen können. Nein! Nein, nein! So nicht. Nee, das wird nichts mehr. Nee, der pfeift jetzt, glaube ich, sofort ab. Ja, ich glaube jetzt... Ja, da ist keiner mehr. Ja, und da ist der Abpfiff. Ja, ich habe mich gut geschlagen. Ja, du hast dich gut geschlagen. 6-0 Spanien, Niederlande. Wir hoffen... Also wenn es natürlich in Real auch so ausgeht, wäre das natürlich sehr unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, unterhaltsamer wäre jetzt, wenn die Holländer auch noch vier Tore geschossen hätten. Das stimmt. Das wäre natürlich auch noch... So mal abwechselnd so, weißt du? Unterhaltsamer wäre es, wenn die Niederlande gegen Spanien gewinnen würden in Real Life. Oh, das wäre... Ich glaube nicht. Und die Spanier mal rauskegeln würden. Das wäre interessant. Zumindest kann unser Orakel sagen, dass Spanien gewinnen wird. Ja. Da gehe ich auch mal von aus. Ja. Das Orakel kann es auf jeden Fall. Ja, du, nee, dann würde ich einfach sagen, mein lieber Rathermoon, war schön, hat Spaß gemacht. Ja, ich habe fast gewonnen. Es war nah dran. Es war nah dran. Es war nah dran, ja. Nein, aber, ja gut, dann würde ich einfach sagen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, es geht weiter mit der FIFA-WM. Hast du da ein paar abschließende Worte ans Publikum zu richten? Diesem verdammten Holländer. Schaut euch alle die WM an, schaut euch die Orakelspieler an, alle noch die anderen, damit ihr immer wisst, wie das ausgehen wird. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie gesagt, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und rein, ein geiles Schnittchen. Tschö. Tschö.